Das Problem ist, YouTube hat sehr strenge Regeln im Bezug Videocontent und so'n Scheiß. Ja, wenn nicht, mach' man erst mal Minecraft zeigen. Ah, guck mal. Cool, und jetzt brennt die Hütte gleich. Das wär's. Warte mal, mal gucken. Ach, noch sechs Stück, okay. Ich nehm' mir aber mein... Nee. Oh, ich brauch' noch nicht, genau. Immer ganz zum Schluss, ey. Das Scheiße mit dem Verrotten, ey, dass das ganze Fickzeug verrottet. Ja, das müssen sie vielleicht ein bisschen fixen oder sowas halt, dass das so ein bisschen wie bei Minecraft ist, dass es nicht unbedingt verrottet. Geil. Oder nur... Oder nicht auf Zeit, sondern einfach, dass es vielleicht eins pro Portion kaputt geht, sag' ich mal mal zehn und da gehen zwei kaputt oder sowas von. Das wär' noch okay, aber nicht, äh, alles verrottet. Das finde ich jetzt selber. Aber das ist natürlich das Spiel, da hab' ich wieder ne Meinung, die ist nur meine Meinung. Hm, naja. Ähm, nee, das Livestreamsache probier' ich auf jeden Fall mal irgendwann aus, also würde das mich interessieren. Mhm. Aber wie gesagt, dieses mit den Rechten und sowas halt, die Musik wieder, oah, das wird wieder... Da muss man gucken. Das soll ja der Konkurrent von Twitch werden, ob's wirklich so wird, weiß man nicht, weil YouTube... Wie gesagt, YouTube... Wir können ja theoretisch, heute noch, wir haben ja heute Zeit... Ja. ...dass wir das heute mal ausprobieren. Mit Minecraft aber. Wacht. Wollen wir Minecraft machen? Ja, einfach... Ja, was willst du sonst für... Oh, Titanfall. Titanfall, ja, das kann man machen, das ist gut. Das wird Titanfall mal ausmachen. Und dann, wie gesagt, muss man einfach nur halt den Code von YouTube da einfügen, dann halt natürlich bei YouTube dann halt ne Videobeschreibung machen, ein Thumbnail dafür machen und so. Ja, ich versuch das nachher machen. Und das kann ich ja... Ja, du stellst das ein alles und ich mach dir hier Thumbnail dafür und dies, das, das. Genau. Und dann können wir vielleicht mal nachher so um, na gut, wir haben jetzt schon halb vier, heute Abend vielleicht so um fünf, sechs Uhr so um den Dreh mal, weiß ich, für eine Stunde oder sowas mal sowas machen. Weil, mal gucken, wie das auch an... Also, ich weiß ja gar nicht, wie das... Ob das dann wirklich nur so ist, dass die Leute, die auf unserem Kanal sind, oder ob es vielleicht noch so eine extra Livestream-Seite gibt, wo dann halt die Leute dann halt sehen, aha, okay, der und der macht jetzt einen Livestream von dem und dem Spiel. Ich hab auch noch nicht gesehen, dass jemand einen Livestream gemacht hat. Das ist ja heute... Ist ja auch... Ja, ist nachts irgendwann gekommen. Ja. Deshalb, das ist ganz plötzlich... Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich lese mich da nachher mal durch. Wenn das wirklich mit einem Broadcaster geht, dann ist es ja vielleicht sogar noch einfach. Ne, ist mit dem Broadcaster, hab ich schon geguckt. Ach so, ist schon mit dem Broadcaster. Man kann, wie gesagt, entweder Xplit oder halt auch andere Programme verwenden, zum Beispiel... Ja, das ist ja wie bei Twitch dann. Dann ist ja kein Ding. Dann muss ich nur den Code von YouTube da rein. Dann muss ich nur halt hinterher, wenn es scheiße ist mit YouTube, muss ich trotzdem denken, dass ich wieder den Twitch-Code da rein tue. Weil, dann kann ich bei Twitch nämlich nicht mehr streamen. Das ist doof. Ja, ne, klar. Dann gucken wir nachher mal. Ja. Und wie das überhaupt ist mit, sag ich mal... Twitch... Oh, ist hell. Oh, ist hell. Gut, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte... Leveln. Genau, ich geh, wie gesagt, jetzt Bäume hacken und, und, ja, solche Sachen halt. Aber auf der anderen Seite. Ja, das mach mal. Ich mach auch mal mit. Ich hol mir mal ne... Ich baue mir mal ne... Was brauche ich denn für ne Axt? Nochmal, nochmal. Ähm... Ich hab beides. Ich hab... Weil, ich glaub, für Bäume... Um Wood zu kriegen, musst du die Axt haben und um, sagen, ne Fetch und so zu sammeln, nimmst du die Spitzhacke. Also, irgendwie war das ganz... Ist das ganz komisch hier bei dem Spiel. Dann nehm ich hier diese kaputte Spitzhacke aus dem Inventar. Genau, Wood ist mit Axt. Dann nehm ich mir aber, warte mal, Wood, 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 Flint, Wood, Fetch. Dann nehm ich mir trotzdem mal, ähm... Wood und alles mal mit, dass ich, äh, zur Not... Oder jetzt grad mal was... Kräften kann. Mhm. Weil... Weil... Ich muss mal kurz gucken. Zwei Stück mach ich mir einfach mal. Zwei Äxte. Ah, ich brauche... Ich brauche auch nicht mehr viel oben, um aufzusteigen. Sehr schön. Darum mach ich das jetzt hier. Brauche ich nochmal für die Spitzhacke für ne... Ein bisschen für die Spitzhacke. Und ein bisschen dafür. Stone brauche ich dafür. Gut, dann mach ich jetzt auch noch Stone. Ich rede wie ein Profi hier. Ach so, ich hab mal, äh, so ein bisschen versucht zu gucken, ähm... Das, was wir gestern gemacht haben, ne? Gestern Abend noch, ne? Zu konvertieren und so. Und, ähm... Also ich muss sagen... Ja. Wir sind geil. Ne, es ist, äh... Ja, ein bisschen komisch, weil... So, die erste Part, den wir auf... Bis du dann abgehauen bist, so ein bisschen auch die Internetverbindung. Und was das doofe war, ähm... Hate hatte leider... Hatte schon, äh... Mittendrin irgendwann Musik selber reingemacht. Das ist das Problem. Jetzt kann ich keine eigene Musik wieder reinnehmen, weil... Seine ja jetzt, äh, im Weg... Ja, aber die soll GEMA-frei sein, hat er gesagt. Ja, das ist ja auch nicht schlimm, nur, ne? Ich muss echt mal gucken. Weil der erste Part, der dauert... Ich glaub 15... Ne, 14 noch was Minuten. Würde der dauern, wenn ich den jetzt mache. Und ich überleg aber auch... Das war nur gestern zu voll, ganz ehrlich. Ja, und ich überleg halt auch echt, ob ich das wirklich, äh, hochladen soll. Weiß ich nicht. Man kann sowas gerne machen, wenn man... Ja, ich hab's... Weniger Leute ist, wie ich mit meinem, äh, was würdest du tun oder sowas halt, aber... Genau. Es ist halt so ein bisschen... Voll gewesen. Dann noch. Ja, weil das Problem war auch, dass das gar nicht, äh... Dings hier, wie gesagt, manche nicht gelacht haben und... Ja, okay, das war der Sinn des Spiels dahinter. Ja, aber es war halt wirklich ganz, ganz wenig Lache, weil... Ey, stopp. Aber... Ja, ich glaub, dafür muss man aber auch betrunken sein, um das zu... Richtig zu... Danke schon. Ich hatte auch mit Webcam aufgenommen, aber irgendwie... Hat die Webcam gar nicht gespeichert, ey. Auch richtig scheiße. Ja, es ist... Es ist nicht einfach. Leider. Ich muss aber wirklich gucken, ob ich's überhaupt hochlade, weil... So toll war das jetzt auch wieder nicht, also... Und wo wir dann im späteren Verlauf dann noch mit den anderen das gemacht haben. Noch mehr Leute. Ja, ne, das war... Das war... Voll die dumme Idee. Also das, was... Das, was würdest du tun, das behalte ich noch weiterhin. Ich such auch immer... Ich hab auch schon den Nils von das Bacon gefragt, ob der mal machen will. Immer mal so Gastauftritte, ich hab mal schauen. Wie das so... Oh, ich bin mir zu schwer. Ja. Weil das... Das ging ja eigentlich recht gut. Die beiden Folgen, die ich bis jetzt hochgeladen hatte. Ja. Die liefen eigentlich ganz gut. Glaube ich. So... Nach meinem Überblick. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Mal schauen, also... Ganz lustig sowas, aber das muss man auch in Grenzen halten. So, ich komm mal wieder zurück zum Haus, weil ich bin voll. Ich hab zu viel Gewicht. In der Nähe des Hauses, oder? Ich glaub, in der Nähe des Hauses... Ich brauch nur noch... Ich brauch nur noch 9... Ne. Ah, nur noch 8. Noch 8 Prozent, dann steig ich auf. Scheiße. Ah, cool. Das dauert jetzt noch alles so lange. Weil, wenn du schon Waffen machen kannst, dann machst du doch. Weil wir brauchen ja sowieso nur einen, der die Waffe, glaub ich, macht. Genau. Dann kann ich wiederum nochmal was anderes machen. Dass wir da so... Ne, das können wir ruhig machen. Ich will erstmal jetzt heil nach Hause kommen, dass ich bloß alles in die Truhen reinpacke. Weil sonst ist das echt scheiße. Ne, äh, was soll ich noch sagen? Ja, und was ich dann nicht so gut fand, gestern Abend eigentlich... Dann... Er... Er sagte ja, ne. Also ich nenne jetzt wie gesagt auch keine Namen oder sowas, ne. Äh, ja, die sind alle voll korrekt, ne. Und dann waren wir dann in dem... Raum drin. Und die beiden dann am... Was anderes am zocken. Und überhaupt gar nicht so, ne. Ja, das hab ich mir aber schon gedacht. Wir haben auch so... Nichts mit denen zu tun, was... Äh... Jo... Er hatte halt ein bisschen ein Sitzen, ne. Ja, ein bisschen, hallo. Dann können wir mal so... Nichts böses gegen Hate, der ist... Ne, ne, super nett. Wie gesagt, ich finde ihn nett. Also man kann gut mit dem Walk-in-Date alles spielen. Das ist, äh... Mhm. Nur ab und zu sind seine Ideen... Furchtbar. Ja. Ja. Er ist halt noch nicht so lange bei YouTube dabei und so, ey. Weil man muss nicht mit allen Menschen immer... Was machen. Huh? Er hat abgefallen. Ja, das ist... Aber wo du gestern MicroVentureMap angesprochen hast, hab ich irgendwie auch wieder Bock auf MicroVentureMap, auch wenn wir rausrasten werden. Ja, aber ich auch. Irgendwie was Neues. Da muss man wie ein bisschen rumspringen, ein bisschen mit miteinander labern und so. Also Bock hätte ich auf jeden Fall. Hätte ich auch mal wieder Bock. Ganz ehrlich. Da müssen wir uns nur eine gute Map auswählen. Was eine gute Map ist, ist das... Wobei das keine Spring-Map-Dropper, da muss man fallen mehr. Und immer richtig fallen. Aber die ist halt... Wir sind ja mehr die, die springen wollen gerne, wenn dann, ne. Ja, das schon. Äh, das... Das wäre nicht... Oh, jetzt rechnet es schon wieder, Böll. Also es, wie gesagt, es macht keinen Sinn, dass du irgendwie... Das ist echt scheiße. Die Welt hasst mich dafür. Der Rasen, der wächst und wächst und wächst. Hm. Ne, müssen wir mal gucken. Also... Äh, weil ich würde es auch mal gerne ausprobieren, wie das ist, wenn wir... Ich habe ja jetzt den Server mit Arc bei Nitrado. Und wenn ich das jetzt umstellen würde, wenn ich einfach sagen würde, so, ich möchte jetzt gerne Minecraft haben. Ob das dann einfach so geht. oder ob, äh, ob man dann, äh, nochmal extra oder... Keine Ahnung, wie das so... Ne? Ja, das... Ob man... Es stand ja drin, man kann zwischen den Spielen rumswitchen. Das schon. Und ob man... Stell dir mal vor, man könnte sogar am Einkauf drauf spielen und man hätte trotzdem noch den Arc, denkst du es hier. Ähm... Was eigentlich recht nice wäre. Ja? Das weiß ich nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass das so ist. Ich glaube nämlich, dass, ähm... Dass das... Dass das... Dann weg ist. Also, dass man den Arc-Server dann weg hat. Ja, dass man aber wieder Arc drauf machen kann. Nur halt, dass der Server dann halt die Speicherung weg ist. Genau. Und vielleicht... Vielleicht... Ja gut, vielleicht muss man sich ein Backup dann machen, oder so. Kann drauf sein. So, was habe ich denn? Wie viel brauche ich denn noch? Ich brauche nur noch... 3,1... Ne... 3% brauche ich nur noch, weil dann steige ich auf. Cool, dann kannst du wieder die Waffe bauen, glaube ich. Ja, wenn ich aufsteige. Ich muss erst mal jetzt hier noch Sachen machen. Die Sachen in Ammo... Oh Gott. Ich mach was Trink dran. Ich mach hier noch was Essen sammeln. Schau mal, die Wasserflasche und Trink erst mal was, bevor ich wieder nach Arbeit gehe. Ja, mach das. Habe ich den nicht hingetan jetzt? Das ist auch voll cool. Jetzt habe ich den Laptop neben mir stehen. Nehmen mich. Da gucke ich halt so drauf, grad bei YouTube, ne, mit dem Hochladen und so. Und wie gesagt, schneiden. Ich hab ja... Läuft der? Was denn? Ist der gut? Also ist der für unsere Sachen angemessen? Ja, natürlich. Also für uns Profis? Haha. Ne, der ist wirklich gut, also. Ja, cool. Jetzt hoffen wir jetzt nur... Aber WLAN ist ja dran, ne, wahrscheinlich. Ja, ich war auch gestern, war ich unten im Wohnzimmer. Und das WLAN-Ding ist ja hier oben, steht das ja, der Router. Ja. Und da war perfekte Verbindung, ey. Also wie gesagt, da müssen wir nur gucken, ob wir da, wo wir hinwollen, Internet haben. Ja. Oder Internet kriegen können. Internet auf jeden Fall. Das haben wir wahrscheinlich. Aber ob wir das dann auch kriegen, über den Laptop, das ist die andere Frage. Und wie gut das Internet da ist, das ist natürlich auch die Frage. Wenn nicht, müssen wir über Nacht hochladen. Und es werden ein paar Videos werden. Denke ich mal. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich nehm mir mal Fleisch und esse jetzt mal eben was. Also würde es bei denen, wo wir hinwollen, nicht klappen. Und man müsste jetzt theoretisch zu unserem mittleren Bruder hinfahren. Und da könnten wir... Da haben wir auf jeden Fall eine 16.000er Leitung. Da haben wir auf jeden Fall eine 16.000er. Und der würde uns das auch gerne zur Verfügung stellen, wahrscheinlich. Aber wo soll man denn dann schlafen, ey? Ja, das ist die Frage. Oder was nämlich die Freunde von ihm vorgeschlagen hat. Bei ihr schlafen. Und sie schläft für Torben. Da war schon vorgeschlagen. Achso. Ja, komm, Alter. Ohne Spaß. Da müssen wir mal gucken. Also ruf erst mal dabei hin. Ja, natürlich. Weil ich will jetzt auch nicht Torben. So, noch 1,1% Böje. Dann steig ich auf. Ja, weil ich will Torben nicht unbedingt da auch jetzt so einen Besuchabstand... Also halt Besuch schon. Ist gar nett. Aber ich meinte jetzt so, weißt du, ne? Also, ähm... Ja, das ist schon klar. So auf Last gehen, sag ich mal. Wir sind ja dann Besucher, oder? Ja, gut, wir sind ja eh die meiste Zeit nicht da. Ja, aber trotzdem, ne? Man muss ja schon... Ich will natürlich essen. Und hol ich mir wieder ein Gamescom-T-Shirt. Ich weiß es nicht. Vielleicht zum anderen. Also so ein Anhänger brauche ich auf jeden Fall. Wir müssen noch die Gamescom-Karten schneiden. Ne? Übrigens. Ähm... Und... Ich hoffe nicht, dass das ein Problem ist, dass wir noch die alte Adresse auf unseren Zugdingern haben, ey. Ne, warum? Dürfte eigentlich nicht. Wir sind ja nur umgezogen. Ah, Level Up. Jetzt kommen wir aber erstmal wieder zurück. Viele Sachen im Warenkorb. Oh, sind wir dunkel? Ja. Ja. Also, ich brauche noch ein bisschen. Nö. Warum? Also... Ja, ich wollte ja noch neue T-Shirts machen lassen. Und ich weiß nicht mehr, ob die jetzt noch vor der Gamescom noch da ankommen. Ja, das ist... Du hättest ja auch mal was bestellen können. Ja, ich habe nur nicht dran gedacht, ganz ehrlich. Ich war noch am Kinderratenputzen und diese doofe Sache mit dem Seminar im Moment noch gewesen, da. Mich genervt hat so ein bisschen. Aber naja. So. Dann durch. Dann war ich ja noch Schule. Auch noch. Dann war der Stress mit der Schule. Ich habe mich ja in der falschen Klasse eingetragen. Ja, ne? Ja, ich bin voll in der falschen Klasse jetzt drin. Aber egal. Da habe ich eine Kiste schon voll. Muss ich mal den anderen da rein tun. Also Holz und Thatch und so, das haben wir übelst viele. Oh ja, ich habe auch noch mal wieder was aufgesammelt. Also ich würde gerne auch mal Level aufsteigen. Aber irgendwie. Ich will mir das Glück nicht Holz sein. Holz sein. Oh. Ja, ich sage es mal. Oh, noch zwei Steine noch. So, dann werde ich mal gucken. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Ähm. Oh. Warte mal, ich fud. Hast du mal Minecraft Flash gespielt? Ähm. Scheiß, die Wandernay. Ja, ich muss mehr. Ich muss auch viel mehr freischalten. Das Problem ist, ich habe jetzt elf Points, die ich vergeben kann. Aber dadurch, dass ich ja am Anfang halt hier nicht die Wooden Fetch und so gemacht habe. Kann ich nicht. Oder soll ich einfach gar nichts entwickeln? Weil Fahne und das brauchen wir alles gar nicht. Das ist es ja. Das ist ja das. Wofür brauchen wir so einen Scheiß? Aber kannst du diese Pistole nicht machen? Ne, erst ab Level 10 und ich bin...